Moin Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Partnummero Experiment Set. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Let's Play wieder. Es ist wieder, ich habe mal nach reingeforscht, es ist kein Update rausgekommen, leider noch nicht. Aber bei mir läuft es irgendwie eigentlich viel gelöst hier als sonst. Warum weiß ich auch nicht. Sobald gestern so, wo ich es nicht aufgenommen habe. Hammer. Ja. Und das wird ein kleines, kleines, kleines Video wieder. Mal gucken, ob das jetzt flüssig läuft. Weil auf einem anderen, also gestern auf dem Server hat es sehr flüssig gelaufen. Ich weiß nicht, ob das auf Server normal ist, auf anderen Servern anders und so. Weiß ich nicht. Aber ich habe mal wieder richtig Bock auf dieses Spiel und will es mit euch wieder spielen. Weil es einfach mal Sau-Laune macht. Wir lassen trotzdem mal den Server. Aber ihr wisst ja, sondern wir haben uns ein bisschen ausgerüstet wieder. Heißt, oder sprich, wir suchen uns mal so einen Packer, wo lieber Urba. Und ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei diesem schönen Let's Play hier. Weil es ja wirklich Laune macht dieses Spiel. Es macht ja wirklich Laune, das zu spielen. Und ich hoffe, ich bin auch nicht so leise zu hören. Aber ich finde, dieses Spiel macht echt Laune. Ja. Unfassbar. Auf anderen Servern läuft das wirklich flüssiger. Hammer. Ich glaube, das war hier, wo man nicht erschossen werden kann, ne? Richtig, ja. Ja, Leute. Und das ist wieder ein neues Display von mir. Ich habe die Krabbe ein bisschen runtergestellt. Aber es ist jetzt egal. Ich habe die Krabbe ein bisschen runtergestellt. Und jetzt schlopfen wir mal ein Spiel da. Das ist auch übel, Hammer. Also, es sind wirklich richtig geile Server dabei, wo man so ein bisschen rumlaufen kann. Das ist eigentlich auch immer so hartgestellt. Und? Und wir sind hier auf einem richtigen Server-Manager zu sagen, also es macht wirklich lange, wenn wir hier mit euch spielen, Leute. Und, ähm, ja, es könnte sein, dass doch schon der Boss auf dem Server war. Weil wir sehen ihn hier. Und, äh, Schatz, haben die. Ja, und wie gesagt, es hat ein neues Excel hier. Und, äh, ja, wie gesagt, es macht unfassbar. Und, äh, haben die Infakter 50, wenn, wenn man hier wieder rauskommt. Ja, wenn man hier wieder rauskommt. Ja, wenn man hier wieder rauskommt. Das soll jetzt keine Werbung sein. Dass sie auch wissen, glaube ich, dass sie sich aufnimmt hier. Und, ähm. Ist das ein Mensch? Was ist das ein Mensch? Also, wir kaufen ihnen auch mal eine Waffe. Ich bin ja mal so nett und ich kaufe wirklich jeden eine Waffe. Das ist mir... Ich bin ja mal so nett. Ah, das macht lauter Leute, ich bin gleich gehört da, ne? das sind geschrieben und so und ich sage jetzt mitgehen also wir gehen jetzt mit der freiergruppe haben mit ihr gestehen und ja wir machen gucken wie das da sein wird also das würde mich bitte nicht überladen alter k 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 Bis dann Leute, euch noch einen schönen Tag Wir sehen uns im nächsten Video Haut rein, bis dann Tschüss